Ja, Bertres hat mich ja gefragt, ob wir bei unserem Dreh in den Bergen einfach Ski fahren wollen. Ich fand die Idee super, dachte, können wir auf jeden Fall machen. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich überhaupt nicht gut Ski fahren kann. Und da habe ich gedacht, okay, ich verwickele sie erstmal so ein bisschen ins Gespräch und vielleicht schaffen wir es dann am Ende gar nicht, Ski zu fahren. Und das hat am Anfang, als sie ankamen, auch erstmal ziemlich gut funktioniert. Komm an meine Siete, rock mich her, denn du beschreibe gut, rock mich her. Bin da! Wow! Bertres, schön dich zu sehen. Grüß dich, hallo! Wie geht's dir? Ja, ich freue mich. Du bist ja schon voll drin hier. Ja, zusammen Skifahren gehen wir jetzt, oder? Ich glaube, wenn ich so dein Gesicht sehe in den Bergen, dass das immer besonders strahlt, oder? Ja, also hier bin ich daheim, gell? Ich liebe die Berge, ich liebe den Schnee und Skifahren jetzt. Dank dir habe ich auch Zeit, weil das war schön geplant extra für dich. Wenn du auf Tour bist, wenn du unterwegs bist, hast du denn irgendwas dabei, dass du so ein bisschen zu Hause auch mit vor Ort hast? Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich bin jemand, der viel Platz braucht für meine Schuhe und Kleider im Koffer und deswegen nichts dabei habe. Aber es ist halt, ich glaube, das Innere, das, was man immer bei sich trägt, das ist das, was immer aufgeräumt werden muss. Also ich war verwundert, als es dann losging, als er da zögerlich wurde und dann ganz zögerlich mir dann auch gesagt hat, dass er eigentlich noch nie auf dem Ski hin richtig stand. Ich bin noch nicht allzu oft Ski gefahren. Wie jetzt? Das heißt, ich bin noch ein bisschen wackelig. Du müsstest mir vielleicht noch ein, zwei Lektionen sagen, bevor wir dann richtig losfahren können. Achso, also ich soll dir einfach den Einkehrschwung beibringen. Ich weiß schon gar nicht, was der Einkehrschwung ist. Der muss jetzt ganz einfach, wir fahren einfach gleich ins Restaurant. Wenn ihr jetzt so viel unterwegs seid, du bist auch bald wieder auf Tournee, wie verbringst du da die Zeit? Wie schaffst du da auch ein bisschen Freizeit zu haben? Serien gucken finde ich immer gefährlich bei mir. Ich kann nicht mehr aufhören, aber ich liebe es, Filme zu gucken. Da gucke ich gerne romantische Sachen und lustige Sachen. Ich lache gerne. Und ich höre gerne Hörbücher oder ich gehe Sport machen und mich mit Freunden treffen. Und das liebe ich auch. Apropos Sport machen, wir sind jetzt oben. Ich glaube, wir müssen jetzt mal... Ich will nicht los. Hey Peter, also eins ist schon mal gut. Normalerweise Anfänger fallen immer beim Hochfahren mindestens dreimal um. Schon beim Liftfahren und kommen nicht aus dem Lift. Das hast du ja schon super gemacht. Ja, weil du mir geholfen hast. Zusammen sind wir super. Das muss ich dann besonders beachten jetzt. Also ich lehne eher ein bisschen den Arsch nach hinten. Und er dann schön so in die Knie. Und wichtig ist halt wirklich den Druck da, wo du hin willst. Also wenn du links gehen willst, drückst du links. Ja, ja, ja. Gut, gut, gut. Ja, super. Links, drück, 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 drück. Also er hat sich richtig gut angestellt. Also Peter hatte das voll drauf. Für das ist es das erste Mal so richtig auf den Skien. Ja, sie ist schon eine ziemlich gute Skilehrerin. Das kann man nicht anders sagen. Also einerseits hat sie natürlich das Fachliche drauf. Das merkt man, dass sie da als Kind schon auf den Skiern stand. Und hat auch eine sehr angenehme Art, einem zu vermitteln, dass das vielleicht jetzt gerade noch nicht so toll ist. Aber durchaus Potenzial da ist, dann irgendwann besser zu fahren. Schön breit blieb in den Beinen. Es läuft! Ich habe versucht, all meine Erfahrungen, die ich hatte, denn ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, wie ich Skifahren gelernt hatte mit meinem Opa. Und habe versucht, das so wiederzugeben mit sehr viel Geduld. Aber es hat zum Glück gar nicht so viel Geduld gebraucht wie damals bei mir. Ja, ich finde es eine große Ehre von Bertrix Egli als Skilehrerin hier trainiert worden zu sein. Danke dir vielmals. Also vielen Dank dir schon mal. Sehr, sehr gerne. Los, komm, wir fahren noch ein bisschen weiter. Noch weiter, oder? Ja, los. Kannst du schon so gut. Ja, bestes Wetter für eine kleine Kajak-Tour. Die mache ich heute aber nicht allein, sondern ich habe mir einen Star ausgesucht, der aktuell von Möwen, Gold und Nordlichtern sinkt. Und das ist winzend groß. Aber so ein Schweizer, ist der eigentlich überhaupt irgendwie seetauglich? Das wollen wir heute testen. Mann gegen Mann. Hi. Moin. Alles klar. Das sieht ja lustig aus. Ja. Ich bin gespannt. Bist du schon mal Kajak gefahren? Äh, Tretboot. Nicht ganz dasselbe? Ist nicht ganz dasselbe, nee. Aber es sieht ja interessant aus. Ja, umso besser. Wollte ich echt schon immer mal machen. Was ist das hier? Stell mir bitte nicht so viele professionelle Fragen. Ich weiß es auch nicht. Gut. Und jetzt ist die erste Aufgabe erstmal stehen bleiben, ohne zu umzufallen. Weil ich muss jetzt auch ins Brot erstmal. Ohohoho. Okay. Wir sind wie Nordlichter, malen unser Zeichen an den Horizont. Weißt du eigentlich, warum ich mir das überlegt habe mit dem Wasser? Wieso? Weil ich den neuen Albumtitel gehört habe. Ah. Was ist Möwengold? Möwengold ist was ganz Schönes, was Glück bringt. Ja, ist es das, was von oben kommt, wenn die Möwen das fallen lassen? Das könnte sein. Möwengold, der Song, hat eigentlich eine ganz spezielle Botschaft und ist eigentlich auch meine Einstellung so. Wenn man es schafft, wirklich in allen Situationen, aus allen Situationen, auch wenn die noch so schlecht wirken oder so, wenn man es schafft, da das Positive zu sehen, dann, glaube ich, kann man glücklich werden. Und also, wenn jetzt, wenn wir jetzt hier Kajak fahren und hier kreist nachher Johnny die Möbel bei uns und lässt per Super was fallen, dann darf man das nicht blöd sehen, sondern man muss sagen, hey, ich nehme es positiv. Meine Wurzeln, die sind an der Nordseeküste und meine Großeltern wohnen da und da bin ich seit ich schon Pampers bin praktisch jedes Jahr in den Ferien gewesen und habe praktisch da meine Zeit verbracht und von dem her ist das so ein bisschen meine zweite Heimat. So, pass auf, jetzt gibt es das erste kleine Wettrennen. Okay. Zum Warmwerden. Ja. Du hast verstanden, wie es geht? Fertig, los. Wir sind wie Nordlichter, malen unser Zeichennamm in Horizont. Ja, du hast dich verdammt gut geschlagen. Danke. Alter, du kannst mir noch nicht erzählen, dass du das erste Mal Boot gefahren bist. Tatsächlich schon. Und das, glaube ich, haben wir uns jetzt verdient. Danke dir. Auf das Wettrennen auf den Inselbriefkasten. Ich habe gedacht, wir können meinem Chef, dem ich Bernhard bringt, mal noch eine kleine Postkarte schicken. Das ist doch was Schönes, oder? Also Bernhard, die ist für dich. Willst du sie einwerfen? Sehr gerne, sehr gerne. Tipptopp. Ganz viel Mövengold hier, ne? Ja. So. Perfekt. Es ist getan. Super. Ich nehme die Bote jetzt mit und du guckst, wie du wieder rüberkommst. Hat total Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Gut, dass wir es gemacht haben. Ey. Keine Aktion. Einde. Untertitelung des ZDF, 2020